Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Stört man nicht so, weil was haben wir? Ferien. Das ist ja der Grund, warum man in Mecklenburg-Vorpommern wohnt und nicht in Brandenburg. In Brandenburg sind die Ferien jetzt vorbei und waren nur eine Woche. Bei uns fangen die jetzt an, herrlich, so wie sich das gehört. Der Februar geht los und die Ferien fangen an. Zwei Wochen. Früher war es besser. Da hatten wir drei Wochen. Die haben wir auch gebraucht, weil früher hatten wir noch einen Winter. Jedenfalls kommt es mir im Nachhinein so vor. Ich wünsche alle Kinder von Herzen, dass sie mal zwei Wochen raus sind aus dem ganzen Wahnsinn. Sich mal erholen können von der Schule, von den ganzen Corinna-Bestimmungen, die wir haben. Und von den Lehrern, vielleicht auch ein bisschen von den Eltern, weil die müssen vielleicht arbeiten gehen und ihr seid zu Hause. Also macht's so wie ich. Schöne Ferien. Das war unser Held vom Feld. Bauer Krolls etwas anderer Wochenrückblick.